Herzlich Willkommen mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. In der letzten Folge haben wir einen knüppelharten Kampf gegen Sia abgeschlossen und Saved und ja ich glaube da wird heute nichts mehr mit Endkampf weil ich habe gerade mit ihr gesprochen und dann hieß es hier was mit das Königreich ist bei Alicia ein guter End. Ich glaube das war schon ein bisschen öfter da aber dann sagt sie was von hier wir sollen sie auch in ihren Anwesen treffen und ja oh Gott wird wohl doch noch ein bisschen dauern so aber erst mal wir haben ich will nicht mit Leo Stein ich will erst mal gucken du hast was neues gelernt bestimmt eine Mystik Art ist ne. Folter Kronen eine mystische Art das in jede Richtung klingen auf den Gegner abfeuert. Ja okay und Titel wurden aufgestuft. Ach jetzt hast du hier auch endlich. Habe ich wie hoch die gelevelt werden können? 20 noch weiter. Welcher sehen? Ja gelevelt habe ich natürlich nicht. War ja überhaupt nicht schwer der Kampf. Also ja. Aber gehe nochmal zu Alishas Anwesen. Äh. 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 Ja. Ne das vor dem Aquadung. Äquadung. Ihr Adlingviertel. Das ist richtig oder? Weil du dich noch so viel nehmen kannst wie möglich aus dem Weg räumen will. Ich kämpfe jetzt gegen Alicia. Genug von Freundschaftskämpfen. mich fertig machen. Warte mal. Ja. Ich wusste es. Da sind zwei Ausrufezeichen. Ist das so bedeutend? Ach der eine ist hier der Eingang zu Katz Corner genau. Ja ganz vergessen. Wie ich sage doch ist hier noch viele Sachen aktivieren. Direkt vor dem letzten Kampf. Ist doch immer so. Ich glaube wir schauen warum es doch nichts anderes geht. Oder nicht. Alsobt bei mir. Der Säge hat sich vor allem ein Daniela. Nein. Oh nein. Ich wollte auch mit uns die Mit�� bald. Da sind wir noch mal. Ah ja. Oh nein. Ich möchte noch das Eingang zu meinen oder ganz Mathias oder mit den83sten, was er kiddingert. Wie ich sage. Oh nein. Ich weiß nicht. Ich sage die sind. Ich weiß dass das weitergehen. Ich sage das Recht. Ich sage das. Ich sage das. Ich sage das. Oh nein. Ich sage das. Ich erinnere mich von einem Biestleber Co aus, Ted Fxilla 2, vor allem der Mantel. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Das ist ja ganz am Anfang schon gesagt. Das ist ja ganz am Anfang. 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 Da war ich schon genau. Bin ich überhaupt schneller? Ich glaube, ich bin jetzt wieder langsam. Aber man, ne? Gehe mich aus dem Weg. Warum bin ich nicht schneller als die? Ja. 23. Wenn man sich nicht verbahnt, dann kommt jetzt. ja so eine illusion ja nicht schon wieder nun sagt es ist mein effekt geht ja gar nicht mehr schade ja bei solchen kämpfen also mal wieder irgendwas wichtiges hier was auffälliges dann werden wir ja schon weiter kommen da hinten ist irgendwas jetzt ist irgendwas weißes wo gehst du weg kämpfen ja kommt her ich wollte euch belohnt ich erwarten dass schon wieder welche amortisierungen wenn man genau die anderen was geht 97 war sehr gut meine kämpfe waren sehr einfach amortisierter ich mach das mit style die sind voll einfach aber sind die level 97 und dafür gibt es 8000 erfahrungspunkte verstehe ich nicht der kampf gegen rose und savet der war heftig da kommt so was hier aber Simon wird wieder etwas wahrscheinlich aber ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich mich nicht das stimmt vielleicht ich habe auch nichts zu sehen wie ich mich nicht wie ich mich nicht wie ich mich nicht das stimmt aber ich glaube nicht das stimmt wenn ich mich nicht zu sehen wenn ich mich nicht das stimmt riesen spinn wir wollen aber noch nicht in diese komische schwarz-weiß-welt eingezogen fällt mir auf was ist möglich wenn ich alles hätte er irgendwie so was realisiert so ist es möglich bist du meine tante irgendwie so weit was wollte ich hier nach in dem senate hat er irgendwie so gesagt warum sollte er sagen ist das möglich wären ihre angriffe ihre illusion schwächer ok dieses ding ich werde mal einfach so raten und behaupten dass dieses ding mich irgendwie gerne da draußen bringt ok so langsam habe ich das gefühl dass das final dungeon noch ganz schön lang wird jetzt schon teleporter hier sind so wer kommt jetzt simone persönlich noch eine illusion so wer kommt jetzt simone persönlich noch eine illusion so 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 das Ich habe mal dieses Mal gegen sie persönlich. Simon! die verdammt schwach ist habe ich das gefühl ich weiß dass dieser kampf nicht als wir ein ort bringen kann aber wenn eine lager sie wieder auf den richtigen fahrt bringen kann im einsatz der habschen arzt kann sie wahrscheinlich jeden von uns übertreffen ich weiß dass wir stärker sind wenn wir alle zusammenarbeiten was den riesigen fokus die zerstören die voll die kommt ja gar nicht zum angriff die kommt gar nicht dazu irgendwas machen Wir haben immer amatrisiert. Leider ist die einzige Schadenpombe und die ist jetzt in... ja, oder auch nicht. Wir werden uns doch nicht hier ammetisieren, denn das ist doch nicht nötig. Das ist doch easier. Vielleicht mal die eine hier abschalten und die anmachen. Ja, jetzt auch schon die neue eigene. Was? Wow, was hat sie auf einmal so viel? Okay. Oh mein Gott. Ja. Da war ich 5. Ich hatte doch 5, ich hatte 6 sogar. Wenn man auf einmal so stark leist wie die kleine Königin aus. Was? Races F. Nein, Kopien. Oh Mann. Ich bin verblieben. Kann ich dir sagen, dass die Ding jetzt einsetzen soll? Ich kann ja jetzt sagen. Okay. Boah, jetzt verbindet ihr euch wieder. Okay, dann macht er ebenso. Overkill! 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 Ja, ich bin aber... Ich denke, ich bin aber noch wunderschön. Ich bin nur noch das, was ihr wirklich? Ich bin nur noch nicht. Ich bin nur noch ein Freund. Oh, glaube ich. Ich bin nur noch ein Freund. Ich bin nur noch ein Freund. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Geisel hat sicherlich getäuscht. Aber er hat sich schon versucht, dass er sich selbst zu beurteilen. Ja, das ist. Er hat sich für mich zu retten, um zu retten zu werden. Aber er hat sich nicht... Er hat sich nicht so gewohnt, dass er sich nicht zu retten, sondern er hat sich nicht zu retten. Was ist das, was ich zu retten? Was ist das eine Worte? Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht überraschend bin. Aber wenn ich mich daran erinnere, hat er gesagt, dass du dein eigenes Gehirn verletzt hast? Oh ja. Deswegen war Dezel am Ende. Ja. Ich habe mich überrascht, Daira. Was ist das? Wenn ich nicht in Ordnung bin, Ja, das ist ein guter Wettbewerb! Ist das nicht gut, dass ich mich selbst gewisse. Die Ergebnisse ist wichtig. Aber das ist nicht möglich, dass wir das nicht im Gespräch nicht weitergehen können. Oh, sehr gut. Ich glaube, Sie hat sich wirklich gut gefühlt. Wenn Sie急, warum mit Laila das so an und so damit geht? Simon, habe ich gesagt, dass ich erwähne, Aber dass es, dass es mir dein Leben nur beurteilen, dass es mir nicht so gut ist, dass es sein wird? Kann ich es nicht leisten? Es ist das, was ich nicht so gut für mich an. Aber du hast... Ich würde mich nicht überfordern, dass es mir nicht wegen des Grimes geht. Was ist es... Es ist nicht gegangen, oder? Was ist das? Ja... Soll's..." ... Colin... Oh... ... Ich werde noch einen Schuss aufbauen! Ich werde jetzt gehen. Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, dass ich die Hände nicht verletzen kann. Hm. Hier ist Camrón? Das ist ein Auto-Anbots. Einfach mal wunderschön. Oh, dass Tudeln es gest 18 Jahre gibt. Ich glaube, es stimmt nicht. Sehen wir das so wie ein Gewalt für Herrn in der Brunnen? jetzt noch ein speichelpunkt irgendwo das ist ein geschäft ehrlich da ist ein speichelpunkt ok er hat ein ziel aufgelevelt mehrere zuschauerinnen da bist du ich glaube ich habe schon mal gekämpft da sind teleporter mit leid für also fragen wenn ihr euch auf einmal immer zu verbinden nicht mehr mal ich kann verdammt nochmal großes neue mystik erzählen und ich krieg hier selber nicht hin mit leiden Ah, mit Leid für Samoan. Das Wagen ist nicht immer noch. Aber ich denke, dass ich es nicht so war. Es ist auch das, aber ich könnte nicht mehr so sagen. Ich finde das nicht einfach. Ich finde das nicht so. Das ist ein Verwalt. Also, wenn ich die Verwalt nicht, was ich nicht? Man, der Welt, der Verwalt, der Hjöngel, aber ich habe es nicht. in der welt sind ganz schön irreverwund ich glaube ich habe ein bisschen zu weit gelangt da ist da ist ein teleporter immer noch weiter und da ist ein laden irgendwo okay dann würde ich sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tells us hysteria ich bedanke mich als ich für zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge